Natürliche und Home Remedies für Silveracute Respiratory Syndrome Everacute Respiratorische Syndrome, SARS, ist eine Erkrankung der Atemwege. SARS wird durch eine Art von Corona verursacht, die milde verursachen können oberen Atemwegserkrankungen, wie die Erkältung zu moderieren. Dieses Virus ist das SARS-Coronavirus bekannt. Wie die meisten Erkrankungen der Atemwege, wird SARS durch Kontakt verbreitet mit Infizierten hauptsächlich Speichel oder Tröpfchen von Husten. Sie können nicht SARS von kurzem, lässig Kontakt mit einer infizierten Person zu erhalten, wie jemand auf der Straße vorbei. In der Regel müssen sie engen Kontakt zu haben, infiziert zu werden. Der enge Kontakt enthält für eine Person mit oder Pflegeleben, die eine infizierte Person aus geatmeten SARS oder die Atmung in Luft kehrt. Aber unter bestimmten Bedingungen hat sich SARS in einem Apartmentgebäude sowie ein Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Ausbrüche von SARS erscheinen nicht saisonal zu sein. Eine Infektion kann zu entwickeln nach Teilen der Nahrung oder Getränk mit einer infizierten Person. Umarmt oder eine Person zu küssen, die SARS hat. Der enge Kontakt mit einer infizierten Person. Immer die winzigen Tröpfchen auf den Händen durch kontaminierte Gegenstände oder Flächen berühren und dann die Augen, Nase oder Mund zu berühren. Symptome Die wichtigsten Symptome sind Fieber, ein trockener Husten, Atemnot oder Schwierigkeiten beim Atmen. Eine Person mit SARS kann auch Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Müdigkeit und Durchfall. Eine ältere Person kann allgemeines Unwohlsein, Unwohlsein, fühlen und seinen Appetit verlieren, aber kein Fieber. Der natürliche Ansatz zu Infektionen der Atemwege Guter Nachweis einer gesundheitlichen Nutzen Einige Beweise für die gesundheitlichen Nutzen Traditionell mit nur vereinzelte Hinweise darauf verwendet Lebensstil Integrieren Lebensgewohnheiten, Keders Immunsystem zu stärken Aufhören zu rauchen Stressmanagement Täglich Entspannung Gesunde Bewegung Programm Gesunde Ernährung Plan Waschen Sie Ihre Hände passende Ernährung Vermeiden Sie Lebensmittel Keders Immunsystemschwächen Raffinierte und verarbeitete Lebensmittel Milchprodukte und fettreiche Produkte Zucker und Hohenzuckerprodukte Alkohol Vitamin Mineral Diese Nährstoffe sind gezeigt worden, Atemwegsinfektionen zu helfen. Vitamin C Vitamin E Selen Zink Zinklutschtabletten Kräuter Die folgenden Kräuter sind in der Regel für Atemwegsinfektionen verwendet. Echinacea Ananasextrakt mit Bromelin Hydrastiskanadensis Süßholzwurzel Knoblauch Homöopathisch Homöopathische Mittelheilmittel Atemwegsinfektionen zu helfen Antimoniumdart Rumex Crispus Bulatilla Phosphor Brunia Kalibig Sprungiertost Alternative ergänzende Therapie Die am häufigsten verwendeten komplementäre Ansätze, um Infektionen der Atemwege sind. Kräutermedizin Naturheilkundliche Medizin Senföl Mit Senföl massieren kann die Atemwege helfen, zu löschen und regelmäßige Atmung wiederherzustellen. Erhitzen Sie etwas Senföl mit ein wenig Kampfer. Bringen Sie sie in eine Schüssel an wenn es angenehm warm ist, sanft reiben Sie es auf der Brust und am oberen Rücken und Massage. Tun Sie dies mehrmals am Tag, bis die Symptome abklingen. Feigen Die ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Feigen fördern Gesundheit der Atemwege und helfen Phlegma abtropfen lassen und Atembeschwerden lindern. Waschen Sie drei getrocknete Feigen und genießen Sie in einer Tasse Wasser über Nacht. Am Morgen essen die Feigen getränkt und trinken den Feigenwasser auf nüchternen Magen. Setzen Sie diese Behandlung zu Hause für ein paar Monate. Knoblauch Witzwahr oder drei Gewürznöcken in einem Vierteltasse Milch Lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen lassen und dann trinken. Honig Nur das Einatmen der Geruch von Honig erzeugt positive Ergebnisse für einige Menschen. Sie können in ein Glas mit heißem Wasser einen Teelöffel Honig vermischen und langsam etwa dreimal pro Tag zu trinken. Vor dem Schlafen gehen, schlucken Sie einen Teelöffel Honig mit einem halben Teelöffel Zimtpulver. Dies wird helfen, Schleim aus der Kehle zu entfernen und ermöglichen es Ihnen, besser zu schlafen.